ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate den risikonweis gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollte sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir legen direkt los wir gehen rüber in die xstation und wir fangen mit dem nasdaq 100 an der befindet sich nämlich in einer kniffligen lage langfristig nach wie vor in einem abwärtstrend mittelfristig gibt es aber eine aufwärtstrend struktur der tech index hat jetzt ein neues jahres hoch markiert in dieser woche bleibt aber nach wie vor in dieser seitwärts range stecken konkrete trading ideen dazu gibt es übrigens in meinem video von heute morgen link gibt es wie immer unten in der beschreibung schauen wir noch auf andere märkte der dax future hat sich in dieser woche kaum bewegt die dips der vorwoche wurden immer wieder als kauf gelegenheit gesehen und jetzt haben wir einen wichtigen widerstand bei 16.033 punkten da gab es eben in den vergangenen drei wochen viele berührungspunkte und der widerstand wird erstmal respektiert und verhindert eben eine weitere rallye euro dollar scheint jetzt den widerstand bei 1 10 33 zu respektieren zum vierten mal jetzt und das könnte vielleicht darauf hindeuten dass der euro etwas stärker zurückfällt in richtung 109 73 und dann auch in richtung 109 29 gold zieht sich hat sich in der vorwoche wieder etwas zurückgezogen versucht aber jetzt an die gewinne der vergangenen wochen anzuknüpfen hält sich über dem ausbruchsniveau von 2010 dollar und die marken die in der vorwoche nicht nachreich durchbrochen werden konnten die sind jetzt wieder als kurszide zu nennen 2032 2048 und dann der bereich zwischen 2070 und 2077 die ölsorte wti hat sich gegenüber dem vorwochentief in der spitze um fast 16 prozent erholt und jetzt stößt der preis langsam auf widerstand und das ist nämlich dieses zwischentief bei 73 92 da gab es vorher schon eine umkehr der markt hält sich aber über diesem niveau von 71 66 wichtiges zwischen hoch gewesen und da gab es ja eben auch diese scharfe verkaufswelle dann in den kleineren zeitanheiten bitcoin fällt jetzt zurück und testet eine wichtige unterstützungs zone und zwar ist das der bereich zwischen 27.677 und 27.196 dollar hier gab es eben sehr viele berührungspunkte und diese zone muss eben halten und dann könnte der bereich ab 29.000 dollar getestet werden ansonsten wäre ein rückgang zu erwarten richtung 26.627 oder dann sogar bis zu diesem ausbruchsniveau bei 25.200 dollar lasst gerne einen down da einen daumen da und würde mich natürlich freuen wenn sie ja kommentieren feedback geben und ja würde mich freuen wenn sie dann morgen wieder einschalten machen sie es gut und bis zum nächsten mal